ich bin wieder da zurück wir haben den bösen automaten gebächt wir sind zwar noch ein zweites mal später ran aber im moment überhaupt keine liste ist junkie wie gesagt der dicke wieder aus dem licht müssen wir gucken wo man noch die kann man nicht aber wir können ja wieder zurück in den r&d raum dort gibt es sicher noch was für da ist der typie da ums eck der ist böse schau wie er mich mal ein rotes kopftuch ist auch nicht für mich alles für Diddy hier die hoffen hier bin ich gekommen ich hoffe dass die kamera nicht mitred ich einmal im kreis ich glaube dann noch ein anderes andere richtung wo ich noch gehen konnte ich muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren ich hab's gewusst egal es ist echt schwierig hier was zu sehen es ist echt finster hier naja egal wir sind durchgekommen es ist das wichtigste sch trafficking ja auch als schon ich habe sicher 10 sind ja 2 in stau auھins geld das ist das weis ja ihr wisst ja wie gut ich wüste ich weiß vielleicht nervt euch das ein bisschen aber ich mache das ein bisschen systematisch mit jedem korn die war ich nämlich noch nicht daran erinnern hier war man noch nicht da drüben ist was für donkey kong da möchte ich gerne und ein aggressiver würfel und er ist der hässliche wo geht es denn zum donkey kong genau kenne das möchte etwas sagen aber im endeffekt könnt ihr auch gleich die frage ich dich da drin wg hoch und es mache war nach oben war musik dann war das in der foto bleibt doch mal stehen so ausgewuscht so 1 zu 0 für mich ich bin voll ich mit alkohol und ich sehe gar nix ok jetzt bin ich im kreis genug hier rüber wo ist der balloon so jetzt müssen wir gucken ob ich zählen kann die zwei die zwei ich sehe die zwei nicht ich stelle mich auch heute wieder zuerst sehe ich die zwei nicht weil ich so ein blind fisch bin ich glaube das kann ich vergessen so schlecht wie es schon angefangen hat wenn ich mal treffen würde wäre es dann auch schön wenn ich mal treffen würde wäre es dann auch schön machen wir es noch mal besser die fünf da hinten sechs das sieht schon besser aus so rock'n'roll das erste hat mir wegen zwei einer sekunde nicht gereicht ihr stinkt so weil ich so cool bin zuerst habe ich mich mal gründlich blamiert ich sehe nix was es so finster ist und singen kann ich auch nicht halt doch einfach die fresse dann würfel dann laute wieder r&d ein dominostein des grauen sich an tauschen dann schnappen wir uns mal tiny kran dann ich habe mich so zu lecken ich habe immer Angst kack's mir gleich auch wo hat mr frankie noch was für ein ich habe es nicht gelesen ja egal es ist nichts wichtiges es ist eine munitionsgülpe toll naja ok ich muss ein klein schnitt machen dass der emulator so abgeschickt ich halte euch wieder zurück bei donkey kong ja nein nein solche ausdrücke benutzen wir hier nicht in der gruppe deutschen scharren aber nicht also nein nein also da da kann ich nicht folgen nein wenn man das nicht gewissensatz mit die bananen gespeichert und alles andere jedenfalls das ist halt in einer anderen welt kriegt man das ja sowieso ob wir jetzt 100 munition haben oder 50 macht eigentlich gar kein nur verschiebt funky du stinkst mit dem emulator mal tiny k hat hier nämlich ein paar sachen zu erledigen nein nicht nochmal aus der ballon eine absolut coolen zielkünste wieder zu bewundern ist abartig spannend das ist ein paar sachen mal gucken mal hier hoch hier hinten wäre was für sie aber im donkey kong automatisch ich kann da wieder alles rundherum rennen mal aus dem licht und der würfel ja genau und jetzt sind wir klein schrumpft shrinking oh mein gott es heißt etwas oh man kann ich einmal die richtige Tasten drücken kann ich es auf dem einen voll typifiziert hu hu bluh ihr wisst so gut wie ich zielen kann melon ich darf es einfach vorbeifahren kann ich auch ein bisschen gemütlich mit euch reden ich mag kekse hier vielleicht auch die banane die kristallkorpusnuss und die bananenmedaille und die kiste seht ihr wie cool ich bin okay der weiß ihr wusstet dass der kommen musste oder die schlimmsten bananen haben erinnernd zweite bananen fehlt es levels ja eigentlich die bananen die jetzt sonst kommen die sind eigentlich nicht so schlimm muss ich sagen die schlimmsten ist wirklich dieser blöde automat der mir erstaunlich gut gelungen ist ich hätte gedacht da ging es ginge länger ich bin eigentlich ziemlich gut durchgekommen ja finde ich gut ja ich habe die richtige Taste gedrückt auch schon mal eine Errungsschaft das Blanky Kong dann holen wir uns ihn doch gleich und die 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 Willkommen zur Bonus-Stage! Ich bin noch nicht unter großem Zeitpunkt! Well done! Hier! 4 skill zuhause bei mir! Das hat vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich spucke ständig auf meinem Bildschirm, das ist nicht sehr schlimm. Das ist eigentlich R&D. Aber es ist hier, wo man... Ja, hier muss ich sowieso noch. Okay, das war ein schräges... Oh, sogar mit dem richtigen hier. Okay, jetzt darf ich aber mal einen regulären Schnitt machen und wir sehen uns im nächsten Part. Okay! Okay! Untertitelung des ZDF, 2020